Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die Kenny und Patrick Show. Ja, so könnte man das heute nennen. Aber hier ist immer noch der Tele-Stammtisch. Ja, und es ist halt reiner Zufall, dass der Kenny in allen drei Besprechungen, die ihr jetzt hören werdet, dabei ist. Und der Patrick auch in allen drei. Und zweimal davon kommt Werner dazu. Und worüber reden sie? Sie reden über District 9. Das war damals ein ziemlich erfolgreicher Science-Fiction-Film, der so ein bisschen mit dieser Cloverfield-Optik gespielt hat und Außerirdische und Apartheid und Flüchtlinge alles mal in einen Topf geworfen hat. Für 2021 ist eine Fortsetzung angesetzt und da passt es doch, dass die drei über District 9 reden. Danach hört ihr ihre Meinung zum Thema Pacific Rim. Das war damals ein fetter Monster-Technik-Film, so eine Mischung aus Godzilla und Transformers, auch wenn Giuliano del Toro das wahrscheinlich nicht gerne hört, war super erfolgreich, hat da mit 2013 die Kinos gerockt. So weit sogar, dass fünf Jahre später Pacific Rim Uprising kam. Pacific Rim Uprising, das ist die dritte Besprechung. Kenny, Patrick und Werner wünschen euch dabei viel Spaß und, ja, ich auch. Am 26. Februar diesen Jahres twitterte der Filmemacher Neil Blomkamp folgendes. District 10 Screenplay also being written by Schalter Co-Play Terry Tatchell and I. It's coming. Grob übersetzt District 10 Screenplay, also Drehbuch, wird geschrieben von Schalter Co-Play Terry Tatchell und mir selbst, also Neil Blomkamp. Das heißt, das war die offizielle Angekündigung, dass der Nachfolger von District 9 demnächst erscheinen wird oder irgendwann. Wir wissen nicht wann, alles Spekulation, aber es wird passieren. In diesem Sinne, liebe Leute, einen traumhaft wunderschönen guten Abend hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kenny P und mit mir hier sind der gute Werner. Moin moin. Und der gute Patrick. Sie sind hier. Und wir reden jetzt über District 9, einen meiner absoluten Lieblingsfilme von und mit Neil Blomkamp. Und wer möchte jetzt mal erzählen, worum es in diesem Film überhaupt geht? Ja, das kann ich ganz kurz machen. Also in dem Film geht es um District 9, wo Aliens untergebracht wurden, die in Johannesburg gelandet sind und von dort nie wieder verschwunden sind in dem Sinne. Und weil das dann immer mehr Aliens werden in diesem Distrikt, haben sie beschlossen, die Aliens umzusiedeln in District 10. Und wir sehen dann eben, wie unser Hauptprotagonist, der Vikos van der Merve, dafür verantwortlich gemacht wird, diese Operation durchzuführen. Dabei geht dann natürlich das ein oder andere schief und wir dürfen live sehen, was passiert, wenn ein Mensch zum Alien wird. Ja, quasi eine Flüchtlingsdokumentationen, als ob Aliens wirklich gelandet sind und das sieht halt verdammt realistisch aus, ja. Und das Ganze wurde gemacht in einem Dokumentationstyle, das heißt, es gibt so Interviews von Leuten, die beteiligt waren, die Zeitzeugen sind, alles so mit Handcam gemacht, so wie so eine Dokumentation, die irgendwo im Fernsehen läuft, über wahre Begebenheiten, was wirklich passiert ist. Und das kommt richtig authentisch rüber. Genau. Und ich liebe diesen Film, Leute, wirklich, ich liebe ihn einfach. Ich bin ein, ich vergöttere Neil Blomkamp, ich liebe alle seine Filme. District 9 war sein erstes, sein erstes richtiges Filmdebüt, vorher hat er ja hoffentlich Kurzfilme gemacht, Werbevideos für irgendwelche Werbungen, könnt ihr gerne mal nachgoogeln, da gibt es richtig viel Kram, den er gemacht hat. Und der Typ hat Ahnung von CGI, der Typ hat Ahnung von Special Effects, von 3D-Animationen, hat seine eigene Animationsproduktionsforma im Hintergrund laufen. Das ist alles AAA, Leute. Das ist alles absolut hochwertig. Wenn ihr irgendwie einen geilen Werbespot haben wollt oder ihr wollt einen geilen Film machen, wo Action richtig gut aussieht und nicht wie dahin geklatscht, dann nehmt Neil Blomkamp, der kriegt das hin. Es ist einfach traumhaft. Es ist einfach traumhaft. Ich könnte jetzt hier eine Stunde schwärmen, Leute. Es hat schon seinen Grund, dass gerade Neil Blomkamp einer der Wunschregisseure für den nächsten Alien-Teil war. Da gab es ja auch Gerüchte, dass er den inszenieren sollte und ich war da auch einer, der gesagt hat, ja, gebt ihm Alien, einfach weil dieser Typ weiß, wie man mit Science-Fiction und Action umgeht, wie du sagst. Also da habe ich mich auch wirklich gefreut. Aber wurde ja nichts. Stattdessen haben wir dann Prometheus bekommen, der ein bisschen Grabschänderrei war. Blomkamp hätte sich damit beschäftigt, was Ridleys Tochter jetzt quasi macht und das Erbe quasi würdig weitergegeben. Das Alien-Franchise hat somit so seine eigene Mythologie gekillt. Und das, weil ein Ridley Scott quasi nicht sein Ding abgeben wollte. Unglaublich schade, wenn ich mich nicht täusche, hätte er auch einen Halo-Film damals drehen sollen. Und man kennt die Werbung von ihm, wo so ein Auto rumhüpft, wie ein Transformer und so. Wie heißt's? Ja, so. Genau, genau. Ist das die Tröhnwerbung, genau. Die kennt man, da ist auch ganz konische Musik drin von der Zeit. Wie gesagt, der hat haufenweise Zeug schon gemacht. Das ist nicht so, dass der bloß drei Kinofilme gemacht hat, denn seine größte Arbeit ist alles, was daneben ist. Die Filme sind bloß quasi daraus entstanden, weil er das einfach kann und einfach dazu gemacht ist, diese Filme, einfach Filme zu machen. Und ich warte vergebens auf einen neuen Film. Vergebens. Also, wie gesagt, District 9 war sein Filmdebüt, wo er einen richtigen Spielfilm gemacht hat. Anschließend kamen noch Elysium und Chappie. Alles großartige Filme, wie ich finde, auch wenn Elysium das schwächste von all den dreien ist. Und rauskam District 9 2009. Dann in Abständen von drei, vier Jahren kamen die anderen und seitdem ist Ruhe. Seit gefühlt sechs Jahren ist, glaube ich, Ruhe von ihm. Ich habe nichts mehr gehört. Er sollte eigentlich einen Film machen, der hieß Greenland. Wurde irgendwie gecancelt. Dann sollte er Alien machen, davon wurde er abgezogen. Und jetzt plötzlich heißt es District 10. Und wir alle warten natürlich auf eine Fortsetzung, denn jetzt ist es spoilerfrei. Aber in dem Film wird gesagt, in drei Jahren komme ich wieder. Das sagt jemand. Das heißt, der Film gibt dir schon Potenzial für eine Fortsetzung. Genau. Ist halt die Frage, ob der Film dann einen Zeitsprung hat, weil diese drei Jahre können sie jetzt so nicht mehr einhalten. Nee, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, ne? Bingo. Schauen wir mal, was die uns da weiter erzählen. Weil Potenzial gibt es ja genug, ne? Also, was die Story angeht, muss ich zugeben, hat der Film überraschend viel zu bieten, wenn man bedenkt, dass es hier ein Science-Fiction-Action-Film ist. Weil das sind ja nicht gerade unbedingt die Filmgenres, die für gute Storys stehen. Aber hier muss ich zugeben, hat man doch ein interessantes Szenario auf die Beine gestellt, wie halt eben die Aliens, ja, einfach mal so auftauchen, aber keinen Krieg anzetteln oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur mehr oder weniger gestrandet sind. Man könnte fast sagen, ja, wie Flüchtlinge. Ich muss dir aber jetzt in einen Punkt widersprechen. Science-Fiction ist sehr wohl ein Ventil für gute Storys. Du kannst da alles reinpacken. Du kannst da so eine seichte Rom-Com reinpacken. Du kannst da Gesellschaftskritik reinpacken, ohne dass du zu sehr aneckst. Du kannst da Horror reinpacken. Oder auch so diesen klassischen Überlebenskampf. All das kannst du super easy mit dem Science-Fiction-Genre verbinden. Können schon, ja, können schon, aber das wird halt zu sehr aneckend. Es wird nicht oft hinbekommen, aber im Prinzip ist es ein dankbares Genre, das, wenn man es gut beherrscht, auch wirklich Großartiges rausbringt. Jo, keine Frage, gebe ich dir recht. Und der Film ist das perfekte Deilspiel dafür, dass das funktioniert. Ich meine, der Film spielt im Jahr 1982, da greift das Thema Apartheid in Südafrika auf, denn das spielt in Südafrika, in Johannesburg, was ich auch mal geil finde. Sonst landen Ähens immer in den USA. Ja, ihr kennt das Klischee, Ähens landen immer in den USA und da geht es immer darum, wir müssen die Freiheit bekämpfen. Ich habe erst mal kurz in die Pendant Day geguckt, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Freiheit, amerikanische Flagge, die weht, irgendwelche großen Ansprachen und Patriotismus und die müssen die Äliens besiegen. Das macht der Film überhaupt nicht, im Gegenteil. Dieses Älien-Raumschiff ist einfach da, keiner weiß, wo es herkommt, keiner weiß, wie man damit umgehen soll, keiner hat damit Erfahrung und das schwebt da einfach über der Stadt und irgendwann sagen die Leute, okay, wir müssen uns drum kümmern, wir gucken uns das Ding mal an und plötzlich finden die raus, dass das Schiff voller Aliens ist und die müssen sich kümmern, weil es gibt keine Aggression, es gibt keine Kämpfe, es gibt keine Kriegsbemühungen und sonst irgendwas. Das Schiff ist einfach da mit Haufen weißen Leuten, die da drin sind, also mit Aliens, die aussehen wie Schrimps, also sie werden ja nochmal Schrimps genannt in dem Film und die sind echt verdammt gut gemacht. Ich finde, das wirkt so absolut realistisch. Ich meine, klar, das ist alles Effekt, das ist CGI und alles, aber es wirkt so echt und auch dieser Dokumentationsstil, das bringt das rüber, dass wirklich alles passiert sein könnte, also passiert sein könnte. Das ist unglaublich, das ist großartig. Das ist schon fast ein Stromberg-artiger Stil, wie das eingeführt wird. Ja, ja. Und dann entwickelt sich daraus eine dynamisch greifbare Action und da funktioniert auch mal die Handwackelkamera eben, weil sie beim Geschehen bleibt und dann nicht wie einer auf Kaffeeentzug rumzappelt, rumzappelt, sondern durchgehend dranbleibt. Ja, also ich mochte die Mischung der verschiedenen Kamerastile, weil wir haben ja, wie ihr gesagt habt, zum einen diesen Dokustil in vielen Punkten. Documentary nennt der sich. Genau. Und dann haben wir ein bisschen so Wackelkamera, gelegentlich ganz kurze Found-Footage-Aufnahmen, wenn man eben so Live-Kameras sieht und dann eben so die, ja, eher Action-Einstellungen, sag ich mal. Also der Film bedient verschiedene Kameraeinstellungen und das Ganze ergibt eine sehr stimmige Mischung, muss ich sagen. Also in anderen Bereichen, da denkst du dir einfach nur, die Filme werden zerschnitten und das sieht dann auf gut Deutsch gesagt, sagen wir einfach mal, nicht gut aus. Aber hier passt es super zusammen, wie sie den Film zusammenschneiden. Und ich möchte mal erwähnen, der Film hat gerade mal ein Budget von 30 Millionen. Ja, okay, da spielen keine Triple-A-Stars mit. Die Absetzung ist absolut unbekannt. Der Einzige, der jetzt mittlerweile dadurch bekannt geworden ist, ist Charlton Copley. Das ist der Vigus van der Merde, der quasi der Hauptcharakter in dem Film, worum es geht, oder um den es geht. Und der hat anschließend haufenweise andere Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich eine Liste jetzt hier, das A-Team, Elysium, Oldboy. Ja, Oldboy ist jetzt... Tringo und noch viele, viele andere Sachen. Also der ist dann echt fleißig geworden. Und natürlich so die Stammbesetzung bei den Blomkamp-Filmen. Ja, das ist quasi... Man könnte behaupten, das fängt an wie bei Tarantino-Filmen, der immer wieder auf die gleiche Anzahl von Schauspielern zurückgreift, mit denen er schon mehrmals gearbeitet hat. Und das finde ich sympathisch, weil ich mag Filmemacher, die Regisseure sind, die gleichzeitig aber auch Drehbuchautoren sind, aber auch mit produzieren. Das ist einfach großartig. Dann hast du einen, der oben steht, der den Film realisieren will. Nicht bloß der den Regisseur-Posten bekommen hat für den Film, der nicht ihm gehört, sondern man merkt richtig, der Film gehört ihm. Die gesamte Geschichte übrigens basiert auf dem Kurzfilm, den er schon vorher gemacht hatte, mit dem Namen Alive in Joberg. Oder in Joberg. Ein kleiner Kurzfilm, auch mit CGI schon. Kleines Budget, aber großartig gemacht. Und da kommt die Geschichte schon drinnen vor, die da auch erzählt wird. Und daraus hin ist der Film entstanden. Großartig. Und erwähnen möchte ich bitte mal, mitproduziert hat den Film Peter Jackson. Ich denke, der hat ihm dann auch den letzten Boost gegeben, dass er da seinen ersten Langspiel-Film drehen konnte. Und das ist ja auch der Grund, warum es den Film gibt. Denn eigentlich sollte Peter Jackson einen Halo-Film machen. Allerdings gab es da verschiedene Sachen, die da schiefgegangen sind. Und dann hat Peter Jackson den Film mitproduziert und konnte das Budget von Halo da mit reininvestieren. Es gibt da ein sehr schönes Panel von. Geht da mal bei YouTube rein, gebt mal ein Comic-Con. Dann, How Halo Became District 9, das ist so ein Sieben-Minuten-Clip, wo Neil Blomkamp, Charlton Copley und Peter Jackson an einem Tisch sitzen und erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Film entstanden ist. Sehr interessant. Und ich bin dafür sehr dankbar. Ich bin dafür sehr dankbar, liebe Leute. Wir müssen da aber auch tatsächlich die deutsche Vermarktung quasi mal lobend erwähnen. Ich habe damals, ich glaube, bei Kino Plus war es, gesehen, dass einer der Verantwortlichen vom Fantasy-Filmfest sich richtig reingekniet hat, dass dieser Film beim Fantasy-Filmfest läuft. Da habe ich ihn dann auch gesehen. Er war begeistert. Und dann hat es mich gefreut, dass dieser Film nach dem Erfolg beim Fantasy-Filmfest dann auch eine größere Kino-Auswertung spendiert bekommen hat. Wer weiß, ob der ohne diesen Einsatz fürs Fantasy-Filmfest so durch die Decke gegangen wäre. Also ich hatte auch das Glück, dass ich ihn in dem Kino dann sehen durfte. Also, wobei man aber sagen muss, dass der Film auch wirklich zu Hause auf dem Fernseher sein volles Potenzial ausschöpft, meiner Meinung nach. Denn so gut der Film auch aussieht, auch wenn es eben ein Science-Fiction-Spektakel ist, so lebt der Film halt eben nicht nur von seiner Optik und Bombastik, sondern eben auch von dieser interessanten Geschichte, wie so etwas wohl ablaufen würde, wenn eben die Aliens unter diesen Umständen auf der Erde landen. und wie Menschen eben reagieren, wenn dies und das passiert. Wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern. Aber der Film hat einfach ... Es wurde nur am Anfang schon gespoilert, aber ja, ja, wir wollen nicht spoilern. Nicht zu sehr. Also ich meine, es gibt ja durchaus ein paar Überraschungen. So ist es nicht. Das ist es ja. Der Film ist ja nicht bloß ein Science-Fiction-Spektakel, also kein CGI-Spektakel. Genau. Du hast eine richtig interessante Geschichte. Du wirst irgendwo reingeworfen, willst du mal wissen, was ist gerade überhaupt los? Du hast einen mega-sympathischen Hauptcharakter, der überhaupt nicht dort reingehört, wo er gerade ist und plötzlich da erst mal sich zurechtfinden muss. Du hast dort Komik drin, also du hast Momente, die sind witzig, du hast Momente, die sind dramatisch, du hast Momente, die sind traurig, du hast einen guten Soundtrack, der hat das alles perfekt untermalt, wie sich gerade die Leute fühlen. Das ist eine perfekte Mischung, wo alles einfach drin ist. Das funktioniert einfach alles. Story, Action, Hintergrund, Emotionen, ist alles dabei. Was wir jetzt aber noch nicht gesagt haben, es gibt in dem Film auch im Verlauf des Filmes mehr und mehr schöne Splatter-Momente, die einfach dazu passen, also nicht aufgesetzt wirken, die Handlung auch voranbringen, aber trotzdem immer wieder auflachen lassen, zumindest mich. Und mich hat das dann teilweise an die Gravity Gun aus Half-Life 2 erinnert, was da gemacht wird, ohne zu sehr zu spoilern. Nee, das stimmt schon. Also was die Action, die Waffen angeht und auch das Design der Waffen, Design der Aliens, da kann man den Film, ja, da muss man den Film zugutehalten, dass er auch da wirklich kreativ war. Also das Waffendesign ist wirklich, ja, man kann eigentlich sagen, einmalig. Und die Action ist dann noch so abwechslungsreich, dass es nicht auf einmal stumpf wird, sondern einfach die Handlung voranbringt. Das ist kein Selbstzweck. Selbstzweck. Nee, und er ist auch kompromisslos, der Film. Also der zieht sein Ding und sein Stil wirklich durch. Anstatt dass man das Ganze dann, wie soll man sagen, so im Hintergrund ablaufen lässt, um, ja, das Publikum nicht zu verschrecken, hält der Film halt eben wirklich drauf und zeigt, was Sache ist. Also ist auch wirklich gut gemacht. Und, ja, da gibt's nichts zu bemängeln. Also vor allem hat man nicht zu viel Action, ne? Das ist genau die richtige Dosis, was das angeht, finde ich. Absolut, die Dosis passt perfekt. Das ist immer wieder, du hast Action-Szenen, dann hast du wieder Konversationen dazwischen, wieder Story, um runterzukommen, dass du weißt, okay, warum ist das gerade die Action passiert? Das hat alles seine Bewandtnis. Da geht's nicht darum, einfach nur jetzt eine 20-Minuten-Action-Sequenz zu machen, weil Action gerade irgendwie in ist. Wie das vielleicht bei anderen Filmen gerade der Fall ist, wo erst mal ein Film anfängt, da brauchst du erst mal eine 20-minütige Einleitung mit Action, ohne dass du irgendwas über die Story so richtig weißt. Mach der Film nicht, im Gegenteil. Das ist, da ist die Dosis wirklich perfekt. Das ist wie bei dem guten Essen, wo es alles perfekt gewürzt ist. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Mit dem richtigen Wein zum Abgang und allem, ja. Richtig, absolut. Ja, das trifft es echt gut. Und was ich auch noch ansprechen möchte ist, wir haben ja ein bisschen was über Charlton Copley gesprochen, den Hauptcharakter, dass der einen guten Job macht. Ich finde allerdings auch, die anderen Menschen in dem Film machen einen guten Job. Die haben jetzt zwar nicht allzu viel Screentime, sind ja nicht so oft zu sehen, aber Jason Cope, der da mitspielt, oder gerade David James, der mehr oder weniger den Bösen spielt, den finde ich wirklich sehr charismatisch und überzeugend. Also ich finde es schade, dass man ihn nicht aus anderen Filmen kennt und dass danach nicht mehr viel von denen kam. Einfach weil sie diese kleinen Rollen perfekt ausfüllen. Ich fand aber auch diesen Untergrundboss mit seiner kranken Faszination, die er für Aliens hat, den fand ich auch gut gespielt. Absolut. Deswegen also, da passt alles, auch beim Cast. Aber dadurch, dass das so unverbrauchte Gesichter sind, wirkt das eben mit seiner Mockumentary und so authentisch und unverbraucht. Das ist es ja, authentisch, was ich schon sagte. Das wirkt, als ob das gerade wirklich passiert ist. Definitiv. Einer meiner Lieblings-Serkfictions. Hättest du da jetzt zum Beispiel einen Brad Pitt in diesem Film gesehen, die Authentizität wäre zerstört. Ja, dann hättest du da gleich ein ganz anderes Feeling beim Schauen. Ja. Ein bisschen weniger Blut wahrscheinlich. Sicherheit. Du hast halt unverbrauchte Schauspieler, die zeigen wollen, was sie können. Du hast nicht diese AAA-Schauspieler, die sowieso da sind, weil sie was können, sondern du hast welche, die wirklich zeigen können, dass sie was können. Zumal es ja auch wirklich viele Leute aus Südafrika sind. Eine Filmindustrie, die wir halt in Europa noch nicht so gut kennen. Und so einen Titel zu sehen aus einem Land, das wir nicht kennen oder wo wir halt nicht AAA-Qualität gewöhnt sind, absolut großartig. Also die haben wirklich gezeigt, was sie können. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass die Aliens durchaus ihre eigenen Charakterzüge haben. Die sind nicht einfach nur da, damit sie da sind. Die sind nicht irgendwie austauschbar, sondern da gibt es wirklich einige Aliens, mit denen man sich ja mehr oder weniger auch ein bisschen identifizieren kann, weil die ja eben auch menschliche Charakterzüge dann haben. Also das ist nicht Kanonenfutter. Die Aliens sind in dem Film menschlicher als unsere Menschen, weil eben auch ein Vikus van der Merve zumindest am Anfang sehr, sehr düstere Charakterzüge hat und eben sich erst in unsere Flüchtlings-Aliens reinfinden muss und dann eine Wandlung durchmachen muss. Mhm, das trifft's. Also gerade wir, wie du gesagt hast, die Menschen sind ja am Anfang so ziemlich die Bösen, muss man wirklich so sagen. Und das ist ja auch kein Spoiler, das sieht man. Das wird einem direkt gesagt oder klar gemacht. Ja, das ist halt eben die Art Gesellschaftskritik, die heutzutage auch wichtig ist. Weswegen vielleicht auch der zehnte Teil jetzt mehr und mehr vorankommt, weil man dann eben da noch mal der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten kann, weil dieses Thema ist nach wie vor sehr aktuell. Ja, das ist es ja. Als der Film rauskam, war das eigentlich bloß ein Thema über die Apartheid in Südafrika. Das war Thema. Zu der Zeit war die Flüchtlingsgröße in Deutschland noch nicht da, wie sie jetzt ist oder wie sie war, wie auch immer. Und, ähm, aber jetzt haben wir das Thema wieder. Und das ist einfach, das zeigt, wie du sagst, uns den Spiegel vor, das ist aktuell. Das ist aktueller als je zuvor, dieses Thema. Wie Menschen in irgendwelchen Flüchtlingslagern behandelt werden, wie unfair die behandelt werden, wie die selbst versuchen, irgendwas daran zu ändern und daran gehindert werden, dann quasi als Verbrecher abgestempelt werden. Das ist mega sozialkritisch. Und das in einem Science-Fiction-Action-Film. Und auch was die Medien angeht, ne? Also auch die Medien kommen in diesem Film nicht zu kurz. Die kriegen auch ihr Fett ab. Boah, ja, ich erinnere nur an einen bestimmten kompromittierenden Bericht. Ja, genau das meine ich. Also, der Film deckt wirklich viel ab, was Gesellschaftskritik angeht. Also auch da ... Und das in zwei Stunden, ohne gehetzt zu wirken. Ja, also, die zwei Stunden sind meiner Meinung nach absolut perfekt. Der wird nicht in die Länge gezogen. Der bekommt nicht irgendwie zu wenige Filmzeit, sondern das ist eine richtig, richtig gute Mischung. Da gibt es nichts zu bemängeln, was das angeht. Wollen wir mal ein paar Überlegungen machen, wie District 10 werden könnte? Worum es vielleicht gehen könnte? Wollen wir erst mal eine Bewertung abgeben und dann ... Ja. ... damit ... Okay, machen wir. Ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, der liebe Werner fängt an. Wir brauchen aber noch eine Bewertung. Was geben wir heute? 0 von 5 Schrimps, würde ich sagen, oder? Genau, das war mein Gedanke. Dann hau los. Also, von mir bekommt der Film 4, ein Viertel Schrimps. Der hat mir sehr, sehr gefallen. Damals wie heute. Er bietet wirklich alles, was man von einem Science-Fiction-Action-Film erwarten kann. Und das sogar mit Tiefgang. Also, man hat wirklich alles. Eine gute Optik, gute Action, gute Schauspieler, gute Story, Überraschungen, Gesellschaftskritik. Alles, was man wirklich braucht, gibt es hier. Aber er kriegt halt eben nicht die volle Punktzahl, weil er nicht der große, ja, dieses große Etwas fehlt ihm allerdings. Also, sehr, sehr guter Film, aber nicht perfekt. Gut. Patrick, was sagst du? Bin auch bei 4. Ich schaue den wirklich immer wieder gern. Der läuft gut durch. Unterhält durchgehend, obwohl er wirklich seine bissige Gesellschaftskritik hat. Ich bin sogar der Meinung, vielleicht sollte man Blomkamp auf einen Film von Bioshock ansetzen. Oh ja. Da wird er auch Gutes vor, äh, vielleicht Gutes machen. Und bin gespannt, wie die Fortsetzung aussehen soll. Auch wenn, ich denke, da werden die Drehbuchautoren schon ein bisschen was machen müssen, damit es eben halbwegs hinhaut. Aber da reden wir dann gleich drüber. Jo. Und ich gebe ihm glatte 5 von 5 Schrimps. Der Film gibt mir einfach, was ich gern mag. Das ist meine subjektive Empfindung. Dann nehme ich voll mit. Er ist, wie gesagt, sozial kritisch. Er sieht gut aus. Er ist actionreich. Er hat interessante Charaktere. Ich habe mich seitdem in Neil Blomkamp verliebt. Ich habe alle seine Filme da. Ich habe da eine Sammlung. Und ich warte quasi regelmäßig drauf. Ich beschäftige mich regelmäßig damit. Und wann kommt endlich was von dem? Natürlich, dass jetzt diese Botschaft reinkam, dass District 10 kommt. Da habe ich natürlich geschrien wie so ein kleines Mädchen auf einem Konzert ihrer Lieblingsband. Absolut großartig. 5 von 5. Neil Blomkamp ist auf meinen Top 5 Lieblingsregisseure. Gehört zu meinen Lieblingsfilmen in meiner Favoritenliste. Absolute Empfehlung von mir. So. Und damit würde ich sagen, sind wir hier erstmal durch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch ein bisschen spekulieren wollt, wie denn District 10 werden könnte. Und ihr in District 9 schon gesehen habt, bleibt dran. Ansonsten bitte mal vorspulen zum nächsten oder zum Ende. In diesem Sinne, legen wir jetzt mal los. Was könnte in District 10 passieren? Sollen wir nicht erstmal auf die Shownotes hinweisen? Also wir haben zwei Affiliate-Links in den Shownotes. Und dann dann zu BuyMeACoffee und zu PayPal. Da könnt ihr uns supporten, wenn euch dieses ganzen Podcast gefallen. Es ist nicht nur, dass wir uns die großen Blockbuster ansehen, sondern wir geben uns auch sehr, sehr viel Trash, um euch gerade während dem Lockdown zu bespaßen. Und wenn ihr deswegen ein paar Euro übrig habt, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Das ist wirklich für den guten Zweck. So. Und jetzt kannst du weitermachen. Werner, ich übergebe dir das Wort. Spekulier mal eine Runde. Ja, also ich bin sicher, man würde eben zeigen, dass diese Umsiedlung von District 9 in District 10 keine wirkliche Verbesserung mit sich bringen wird. Einfach, weil es dort dann halt eben auch bergab gehen wird, das Chaos herrschen wird und die Population der Aliens einfach zunimmt. Und man womöglich irgendwie versuchen wird, diese dann auszulöschen, um dieses Alien-Problem ein für alle Mal zu erledigen, beseitigen. Und dann kommt halt eben unser lieber Freund aus dem ersten Teil zurück und wird dann halt eben die Aliens retten auf Kompromisse dieser Art und Weise. Ich glaube sogar, dass er so eine Art Widerstandsbewegung anführen wird. Ein paar werden wahrscheinlich ausgelöscht sein. Aber er hat vielleicht so ein paar gerettet, dass sich da in diesem District 10 vielleicht so was wie so Viertel abspalten. und dann eben auch so langsam dieser Untergrund der Aliens auch wächst und sich zur Wehr ersetzen kann, weil sie eben durch ihn gelernt haben, dass man da doch was machen kann. Also ich würde behaupten, dass wir den Hauptcharakter wiedersehen. Auch wenn er transformiert ist? Auch wenn er transformiert ist. Ich würde sagen, ja. Und es gibt vielleicht sogar eine Möglichkeit, dass er wieder zu normalen wird. Das ist vielleicht der Plot des zweiten Teils, dass es dann zum Happy End wird, dass er dann wieder zum Menschen wird und seine Frau in den Arm nehmen kann oder so was. oder dass seine Frau davon erfährt, dass sein Mann noch existiert. Das weißt du doch am Ende des Ersten. Ja, eben, genau. Und dass das irgendwie noch ein bisschen vertieft wird, dass sie dann nach ihm sucht zum Beispiel, dass sie ein bisschen mehr Fokus bekommt, dass sie da sich in diese Distrikte reinbegibt und nach ihm sucht. Dann, dass der andere Alien, den Namen, den ich gerade nicht kenne, halt wiederkommt und irgendwie dieses Heilmittel für ihn hat. Und dann ist auch die Frage, wird das wieder so dokumentarmäßig gemacht werden oder werden wir was anderes sehen? Ich denke, der Dokumentarstil wird beibehalten werden, einfach um die Optik ein bisschen zu wahren und um die Nähe beizubehalten. Und natürlich das Budget, um das nicht zu sprengen. Weil gerade durch die Optik und den Stil hat man ja auch ein bisschen einsparen können, sage ich mal. Da musste man nicht jedes kleinste Detail verfeinern, sondern konnte eben auch ein bisschen grobkörniger und günstiger arbeiten dadurch. So, was denkt ihr, wie lange wird es noch dauern, bis wir den sehen können? 2023 optimistisch in zwei Jahren schon oder was denkt ihr, wie lange es dauern wird? Vorsichtig optimistisch, sage ich 2023. Mit dabei im Hinterkopf, dass das sich durch Corona vielleicht doch ein bisschen verzögern könnte. Ich sage, es wird Mitte August 2023. Also der zweite Donnerstag im August 2023. Wäre dann wahrscheinlich ein Jubiläum, oder? Nee, nee, also der zweite Donnerstag im August. Also das ist dann Mitte August. Ach so. Genau, weil Donnerstags starten die Filme ja immer. Ich weiß gerade nicht, was das für ein Datum ist. Der Scheinungsdatum wäre der 10. September 2009. Also würde ich sogar eher sein, vielleicht 10. September 2023 oder so. Dann kann man das als Jubiläum vermarkten. Oder so, ja. Ja, auch gut. Hm, interessant. Nur ich bin halt gespannt, wie sie die drei Jahre, die dann gekündigt waren, irgendwie überbrücken. Ja, das können sie mit Rückblenden lösen. Wir beim ersten haben sie ja auch so ein bisschen was über die Rückblenden geregelt. Hm. Das wird kein Problem. Na gut, wir sind gespannt. Wir freuen uns darauf. Soweit der Film kommt, würde ich sagen, bin ich definitiv bei der Besprechung dabei. Der gute Neil Blomkamp hat noch andere Filme gemacht, zum Beispiel Elysium und Chappie. Wenn wir dazu mal eine Besprechung machen, bin ich definitiv am Start und werde wieder von ihm schwärmen. Das werde ich tun. Guckt euch die anderen Filme noch an. Beschäftigt euch mit Neil Blomkamp. Er hat noch eine tolle Produktionsfirma, die nennt sich Oats Studios. Hat einen YouTube-Kanal mit fast einer Million Abonnenten. Da sind haufenweise Kurzfilme drin, zusammenhängende Geschichten. Wenn die mal zu Filmen umgearbeitet werden würden, wäre da auch absolute High-Quality-Gedöns da. Also absolut empfehlenswert. Genauso wie die Werbespots. Und guckt euch einfach den Kram an. Wir sind gespannt. Wie gesagt, Schalter Cobley schreibt mit, wird sicherlich auch mitspielen. Neil Blomkamp, Regie, Produzent und so weiter, wird das mitmachen. Terry Tatchel hat auch bei District 9 mitgemacht, eine Drehbuchautorin. Die hat bei Chappie mitgemacht. Allerdings nicht bei Elysium, was vielleicht der Grund dafür ist, dass Elysium der schlechteste von den Dreien von Neil Blomkamp ist. Ja, wir sind gespannt. Ich freue mich drauf. Ich danke euch allen, dass ihr gerade da wart. Wir kommen jetzt hier zum Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich gebe das Wort an euch und ihr dürft den Schluss machen. Auch ich sage einfach nur Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Seid ihr alle auch ein bisschen ausgelaugt? Habt ihr Bock auf Urlaub? Wie wär's, wenn wir mal in den Pazifikraum fliegen, so ein bisschen im Meer rumschwimmen und so? Denn ich würde sagen, heute reden wir über Pacific Rim. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen traumhaft wunderschönen guten Abend und begrüße euch herzlich hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kenny P. Und mit mir hier sind der gute Dominik. Moin. Und der gute Patrick. Wo sind meine Schuhe? Du sollst dich spoilern. Verdammt. Wir reden jetzt über Pacific Rim, denn demnächst erscheint eine Anime-Serie mit dem Namen Pacific Rim The Black auf Netflix, genau gesagt am 4. März. Und deswegen besprechen wir jetzt hier einfach mal noch die originalen Spielfilme Pacific Rim, den ersten Teil von 2013 und dann noch Teil 2 aus dem Jahr, das ich gerade nicht weiß. Kann mir jemand helfen? 18. 2018. Dankeschön. Das heißt, wir besprechen jetzt hier erst einmal den ersten Teil. Und danach geht's rüber zum zweiten Teil mit einem etwas anderen Besetzung. Dazu aber später mehr. Und der liebe Dominik möchte einmal erzählen, worum es denn eigentlich im Pacific Rim geht. Ja, worum geht's im Pacific Rim? Giant Robots, Giant Monsters, Giant Robot Punching, Giant Monsters, um den Honest Trailer zu zitieren. Nein, worum geht es? Spielt das Ganze in der Zukunft eigentlich nicht so richtig? Auf jeden Fall. Die Menschheit wird bedroht von einer außerirdischen Spezies, die irgendwie diesmal nicht aus dem Weltall kommt, sondern durch einen Riss im Pazifik, ein Pacific Rim. Und die greifen Städte an, immer so in einem Jahrestakt und dann halt immer häufiger und immer mehr und immer stärker. Und deshalb bündelt die Menschheit ihre Ressourcen und baut gigantische Roboter, die denen eins aufs Fressbrett geben. Und das ist die Handlung. Das war eine verdammt gute Zusammenfassung. Das hast du echt gut gemacht. Ja. Ja, nice one, Alter. Einen Fakt bitte mal noch. Und zwar, diese riesigen, großen Roboter, die werden Jäger genannt. Genau. Und die bösen, bösen Monster sind die Kaiju. Das ist ein japanischer Begriff. Und ich würde sagen, es ist eine Anlehnung an Godzilla, an die ganzen Sachen, weil es kommt halt einfach aus Japan. Das ist einfach die Anspielung dahin. Damit sind wir schon beim Thema. Genau. Das Ganze ist ein riesen Hommage an die alten Kaiju-Filme. Und die Jäger werden von mindestens zwei Personen gesteuert. Das wird erklärt am Anfang. Ich finde, das ist ein sehr schönes Intro am Anfang. Das wird einfach in fünf Minuten zusammengefasst, in welcher Welt wir gerade leben, warum alles so ist, wie es ist, warum es diese Jäger gibt, woher diese Kaijus kommen. Das ist einfach schön zusammengefasst, mit optisch schön illustriert. Und da wird erklärt, dass diese Jäger zu komplex sind, dass sie einen Mensch alleine steuern kann, dass das menschliche Gehirn dadurch überfordert ist. Denn es wird mit solchen Neuralkramen gesteuert, dass dein Kopf, dein Gehirn angesaugt wird, um das Ding zu bedienen. Und das ist einfach zu viel für ein Gehirn. Also hat man eine Technologie erfunden, oder die wird benutzt, die es scheinbar schon gab, um einen sogenannten Drift durchzuführen. Das heißt, zwei Menschen verbinden ihr Gehirn miteinander, um dann gemeinsam das Ding zu steuern. Das ist quasi die eine Person die linke Hemisphäre und die andere Person die rechte Hemisphäre, um das sich zu teilen. Genau. So, und da ist es meistens so, oder Familie, Vater, Sohn. Wir haben verschiedene Konstellationen von Leuten, die diese Jäger bedienen. Und das wird einfach so hingelegt. Man muss es einfach so hinnehmen. Hinterfragt es nicht zu sehr, warum das so krass ist. Macht einfach mit. Es ergibt keinen verfickten Sinn eigentlich. Vor allem ergibt es keinen gottverdammten Sinn, wieso die dann auch die Gedanken von sich gegenseitig lesen können. Lieber Patrick, möchtest du ein paar Fakten sagen? Wer hat den Film gemacht? Wer spielt denn da so mit? Na klar. Also der Film ist aus dem Jahr 2013, wurde von Guillermo del Toro gedreht. Und es ist wirklich eine liebevolle Hommage an das Kaiju-Genre. Bisschen mit Neogenesis Evangelion gepaart. Oh ja. Aber ziemlich. Und mitspielen tun eben Charlie Hannem, Charlie Day, Aldris Elba, Ron Perlman, Byrne Gorman und Rinko Kikuchi. Genau. Und Rinko Kikuchi, die konnte del Toros Namen noch nicht mehr richtig aussprechen. Deswegen hat del Toro ihr es erlaubt, dass sie ihn immer Totoro nennt. Und da gibt es auch im Netz so ein richtig schönes Foto, wo dann del Toro grinst wie Totoro. Ey, das passt ja wie Arsch auf einmal zu Guillermo del Toro, ey. Ja. Jetzt will ich einen Totoro-Film mit ihm. Also wenn jetzt in der Serie kein Totoro vorkommt, bin ich enttäuscht. Wer ist denn euer Lieblingscharakter? Ich muss zum Beispiel sagen, ich bin ein Riesenfan von Ron Perlman. Ich liebe diese geile Sau einfach. Zum Beispiel aus Alien-Rückkehr hat er mitgespielt oder bei Sons of Anarchy und bei verschiedenen anderen Sachen. Hellboy. Ich mag ihn, wenn er so eine übelste Drecksau spielt, so ein übelstes Arschloch. Also ich würde ihn nicht als Nice-Gay sehen, ich würde ihn nicht als Papa sehen, ich würde den Typen als Badass sehen, der irgendwelchen illegalen Kram macht. Das kann er einfach am besten. Und diese Rolle ist einfach so schön. Die Rolle von Ron Perlman ist Hannibal Chow, der Schwarzmarkthändler ist. Das heißt, er handelt mit Kaiju-Körperteilen, das heißt mit Knochen, Organen und anderen Sachen, die so anfallen. Und auch mit Kot. Heutzutage so ist, dass es heißt, ja, diese Tiere, wenn du davon die Schwanzflosse isst oder sowas, dann hat das irgendwelche heilenden Kräfte oder so. Das Gleiche machen die da auch und die verdienen einen Haufen Kohle damit. Allerdings brauchen die halt Zeug von ihm, was halt in der Story vorkommt. Deswegen ist er da. Das ist seine Daseinsberechtigung. Und er spielt das echt geil. Er ist halt hier auch drin, weil er so ein Weggefährte einfach ist von Guillermo del Toro. Also er ist ja auch demnächst in Del Toro's Netflix Pinocchio-Film drin beispielsweise. Und ja, Hellboy muss man nichts mehr zu sagen. Also es ist einfach geil, dass er hier auftaucht. Bernd Gorman ist ja auch mit am Start, der auch dann in Crimson Peak dann, glaube ich, so auch schon dabei war. Ja, ja, da ist er dabei. Genau. Oder auch in seinem berüchtigten Auftritt von Game of Thrones, wo er aus diesen Schädel getrunken hat. Oh, ja, genau, stimmt. Ja, 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 den Typen sieht man seit einigen Jahren immer mal wieder irgendwo so in unauffälligen Nebenrollen. Zum Beispiel in Dark Knight Rises ist er, glaube ich, auch schon drin gewesen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Besetzung. Wem wir jetzt aber vergessen haben, ist Idris Elba. Also bitte. Nee, den hab ich erwähnt. Echt? Hat er erwähnt, ja, ja. Okay. Nur halt noch nicht hervorgehoben. Ja, dabei ist er nicht die geilste Sau überhaupt. Möchtest du auf ihn eingehen? Möchtest du mehr über seine Rolle erzählen, über seine Geschichte, was der da macht in dem Film? Ähm, ja, so wahnsinnig viel kann man jetzt auch nicht über ihn erzählen. Er ist halt eine typische Mentorenfigur. Sowohl für Rinko Kikutschis Figur als auch für Charlie Handems, der ja eigentlich so ... Ja, ist ja der Hauptcharakter ja eigentlich schon. Eigentlich ja. Er ist halt relativ blass, der Handel. Ja, gut. Also was ich schon mal sagen kann, ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber ich weiß noch, dass ich ziemlich perplex war, als dieses Ding ja angekündigt wurde, beziehungsweise als die ersten Bilder davon kamen, weil dann dachte ich mir so, das ist jetzt das, was wir dafür bekommen, dass Del Toro beim Hobbit irgendwann ausgestiegen ist. Also, anstatt die zweiteilige Hobbit-Verfilmung hat er dann das hier gemacht. Hat mich überhaupt nicht interessiert, sah aus wie ein schlechtes Transformers-Imitat erst. Und dann hat eine sehr gute Freundin von mir den tatsächlich gesehen und die ist ein großer Anime-Fan. Und dann haben wir den mal zusammen geguckt und dann habe ich festgestellt, das ist die verdammt noch mal geilste Realverfilmung. Also, es ist eigentlich fast ein Stand-in von Neon Genesis Evangelion. In Besser, finde ich sogar. Ja. Also, ich habe mir auch, wo ich ihn jetzt noch mal geguckt habe für den Podcast, habe ich mir vorgestellt, wäre sowas oder würde sowas heute noch ins Kino kommen? Weil der sieht teilweise manchmal fast aus wie eine TV-Serie. Und wenn du jetzt mal überlegst, so Netflix oder Prime nehmen richtig viel Geld in die Hand, also solche Serien gibt es ja mittlerweile. Wenn jetzt auch nicht in diesem gigantischen Ausmaß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es davon sogar immer eine Real-Serie geben könnte im Streaming-Zeitalter. Was meint ihr? Hätte ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, mir reicht der Film so wie er ist. Der Film selbst, so wie er dasteht, ist gut. Es ist super unterhaltsam. Der ist kurzweilig. Der ist nicht zu kompliziert, dass man jetzt irgendwie absolut wach sein muss. Da kannst du auch von mir aus betrunken sein. Da kannst du den reinziehen, ist vollkommen egal. Ja. Es ist halbwegs gut gespielt. Ich meine, es ist nicht übelst Triple-A-Schauspieler. Ich meine, ich möchte gerne einen Joke vorhauen. Und zwar geht es um Charlie Hunnam. Ich mag den Typen. Ich mag vor allem, was hast du schon alles gemacht? Das heißt, Sons of Anarchy. Vor kurzem Gentleman, geile Rolle. Dann war es Excalibur hier, diese eine Verfilmung da. King Arthur hieß die. Und ich mag den wirklich. Aber wenn ich den Typen sehe, muss ich immer an Tom Harley denken. Und da kommt mir der Witz. Charlie Hunnam ist das, was du bekommst, wenn du Tom Harley bei Wish bestellst. Und das ist nur ein Scherz, liebe Leute. Der Typ ist nicht so schlecht. Der Typ ist, ich würde die beiden gerne mal zusammen sehen. Ich würde gerne mal Tom Hardy neben Charlie Hunnam sehen. So irgendwie als Brüder. Das würde irgendwie passen. In dem Remake von Twins. Aber da favorisiere ich dann eher Jason Momoa und Peter Dinklage, wie es angekündigt ist. Die passen sehr gut als Brüder zusammen. Das wäre der Hammer, Alter. Beste Film aller Zeiten, ey. Jeder Film mit Dinklage ist eh schon awesome. Aber ja, egal. Pixels. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Habt ihr den damals im Kino gesehen? Ja. Ich habe ihn im Kino gesehen. Besten Kumpel. Es war so richtig männermäßig. Bester Kumpel, wir gehen ins Kino, setzen uns rein. Und dann wirst du richtig schön in die Fresse. Bam, bam. Action und Lautstärke. Und du rummst. Und es vibriert alles. So musst du den Film genießen. Ja, aber deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das als Serie funktioniert. Ich gehe für sowas und für Godzilla eben ins Kino, weil ich dann auf der großen Leinwand mitgerissen werden will. Oder die Bilder so in der bestmöglichen Qualität sehen will. Wenn sich riesige Viecher eins aufs Fressbrett hauen, dann kommt das auf den kleinen Bildschirm halt ein bisschen schäbig rüber. Ja, vor allem muss man sagen, dass der Film, ich meine, der ist jetzt, okay, der ist jetzt noch nicht Asbach-Uralt von 2013, aber mir ist jetzt wirklich noch mal aufgefallen, wie gut der aussieht noch. Also manche Innenaufnahmen sehen, wie gesagt, haben so ein bisschen so einen TV-Look. Aber die Kampfszenen und das ganze CGI, das ist State of the Art immer noch. Wirklich. Muss ich dir widersprechen. Okay. Das sieht, wenn du das anguckst, das ist mal dafür gemacht, das ist plastisch. Das ist alles, du siehst, alles ist CGI. Das ist nicht mal so, dass du sagst so, ey, warte mal, war das jetzt irgendwie ein Set oder eine Kulisse oder war das CGI? Die Frage stellst du dir nie. Du musst sogar davon ausgehen, dass irgendwo eine Wand, eine Tapete, selbst die irgendwo ein Greenscreen war. Und wenn du dir das Making-of anguckst, stellst du fest, yo, ist alles Greenscreen. Ach ja, ich glaub mich nicht. Nein, es sieht cool aus, aber es ist halt nicht dieses Hochwerte. Ich meine, du siehst, dass es 2013 ist. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaub, wenn du es heute produzieren könntest, es könnte sicherlich besser aussehen und realistischer. Aber will es das, ist eine andere Frage. Ich glaub, das will es gar nicht. Nee, nee. Nee, nee. Ja, eher umgekehrt. Also, Pacific Rim klaut eigentlich schon richtig auch bei Eva. So ist es nicht, aber ... Ich hab's zum Glück nicht gesehen. Ich kann's nicht beurteilen. Guck's dir mal an. Gibt's auch auf Netflix. Hab ich jetzt was Falsches gesagt? Sollte man nicht gesehen haben. Gerade wenn man Netflix hat, ist das eine Bildungslücke, auch wenn ich Kenji oder Shinji, einen der effeksten Anime-Charakter ever fände. Aber hier reden wir an einer anderen Stelle mal irgendwann drüber. Ja, gerne. Ich glaub, nach der Besprechung hier krieg ich noch mal einen richtigen Einlauf, dass ich das ja bitte mal zu gucken habe. Sonst werd ich ja aus dem Tele-Stammtisch draufgeworfen, glaub ich. Wenn das ein Kärser fährt, dann krieg ich Probleme, glaub ich. Meine Lieblingsstelle hat tatsächlich auch was mit Optik zu tun. Da sieht man, wie Marco Mori als kleines Kind den Angriff nur so halb überlebt und dann von Stacker gerettet wird. Das ist mit so einer Wucht inszeniert. Auch wenn die beiden Doktoren meine Lieblingscharaktere sind in dem Film. Aber diese Stelle ist so wuchtig gemacht, dass er mich in den Kinosessel gedrückt hat. Und da entsteht auch zum ersten Mal so was für mich wie, naja, Mitgefühl in so einem Kaiju-Film. Und da sind einem dann auch mal die Menschen nicht komplett egal oder Abziehbildchen. Was ich tatsächlich auch eine Stärke von dem Film finde. Also ja gut, die sind eigentlich schon Abziehbildchen. Ja, aber sie sind besser involviert, dadurch, dass sie in den Robotern stecken. Ja, aber mit dem, was man ihnen gibt, kommen sie eigentlich klar. Und das unterscheidet den Film halt von anderen solchen. Es sind jetzt keine totalen Wegwerffiguren, finde ich. Also gerade Rinko Kikuchi und auch das Verhältnis dann zu Idris Elba. Ja, das ist auch vom Reißbrett klar. Aber es funktioniert irgendwo. Also was ich unglaublich an dem Film mag, der will nie mehr sein, als er ist. Klar, der hat manchmal auch irgendwie üblen Pathos. Also da gibt es ja diese Szene, die ist ja schon oft verarscht worden auch, wo Idris Elba einen auf Bill Pullman Independence Day macht. Aber das stört mich nicht, weil es passt alles irgendwie. Also es gibt keine Szene, wo ich mir irgendwie denke, das war jetzt irgendwie total daneben. Und der Film ist ja auch wirklich ... Also der ist einfach ... Eigentlich ist der Sack doof, Aber der umarmt diesen Trash-Faktor so. Und deshalb muss man den einfach mögen. Der nimmt sich nie zu ernst, finde ich. Also ich sag, wie es ist. Es ist AAA-Trash. Ja. Es ist Edel-Trash. Es ist Edel-Trash. Hochlands-Trash. Edel-Trash, danke. Danke. Aber es ist so guter Trash. Es ist so unterhaltsam, dass er einfach trotzdem gut ist. Und das muss ich ihm einfach lassen, dem Film. Er ist einfach mega unterhaltsam. Ja, vor allem durchweg. Das, obwohl dann so Stellen sind, wo dann dieses eine Mobilee oder so von einem Kaiju-Angriff dann grad so fortbewegt wird, dass es ein bisschen wippt. Oh Gott. Ja, nee. Ich mobile dieses ... Ah, wie nennt man das nochmal? Das haben Psychiater immer irgendwie bei sich auf dem Tisch stehen. Ah, ich weiß nicht, wie ... Diese Steine, die aneinander klacken. Ja, genau. Wo fünf hängende Kugeln, die letzte klackt immer auf die andere und dann fliegen die hin und her so. Was ist das, was ich meine? Und dieses Klack, 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 Klack. Ja, das wurde auch in dem Honest Trailer zitiert. So awesome, so dumb. Und das trifft es halt. Also, in dem Honest Trailer ist eigentlich alles drin, was man zum Film sagen muss. Da heißt es ja auch, it's the dumbest movie ever made. Or the dumbest awesome movie ever made. Das Ding ist, wie oft habt ihr ihn jetzt schon gesehen? Vier, fünf Mal. Ich hab den so dreimal jetzt, glaub ich, gesehen. Ich hab den, wie gesagt, mit einer Freundin das erste Mal geguckt. Dann hab ich den alleine mal irgendwie abends geguckt und dann jetzt die Tage nochmal. Und der ist halt ... Ich weiß nicht, warum. Der macht mir einfach jedes Mal immer so ein bisschen mehr Spaß. Bei dir ist es eher umgekehrt, Kenny, meintest du, ne? Genau, bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Ich hab ihn das allererste Mal, wie gesagt, im Kino gesehen. Dann hab ich ihn mir irgendwann auf Blu-ray gekauft. Dann hab ich ihn einmal gesehen und in meine Schublade hier reingepackt. Dann hab ich ihn jetzt nochmal geguckt. Und ich muss sagen, mit jedem Mal gucken, find ich ihn schlechter, weil mir dann immer mehr Filmfehler auffallen und Plotfehler, wo ich sage so, warum passiert das jetzt gerade? So, und dann geh ich in die Details rein, denk mir so, okay. Was ist mit diesen russischen Piloten? Ja? Ich mein, das sind die übertriebensten Stereotypen, die du finden konntest. Du hast diesen russischen Piloten und diese russische Frau. Beide sehen so wirklich aus wie Stereotype Russen, aber beide sind blond. Ja? Nur der Kerl hat aber noch einen schwarzen Bart. Das sieht so richtig falsch aus. Wo man deswegen so, warum? Und dann haben die so einen richtig russischen Jäger. Ja? So ein übelstes Schrottding, wo du denkst so, okay, das kommt direkt irgendwo aus einem Atomkraftwerk und wird mit Wodka betrieben. Ja? So, und dann gibt's da die Stelle, wo es darum geht, ob ein Jäger digital ist oder analog. Mhm. Ja? Aber Gypsy Danger ist analog, aber der russische, der ist digital. Kommt, Leute, bitte. Ja, 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 das Glückte kommt so. Und dann führst du die russischen Typen ein und dann, wie lange siehst du sie? Die hättest du doch noch nutzen können. Ich hätt gerne mal von denen gehört irgendwie so. Ja, es sind auch gewisse Sachen, die darfst du nicht hinterfragen. Also, warum die erst irgendwie da, hier Gypsy Danger, warum die erst da in der ersten Bewährungsprobe, so auf der Hälfte des Films, warum die da ist in allerletzter Minute ein fucking Schwert rauszieht, als die da irgendwie im Weltall rumdudeln, ey. Ja, genau, die beste Szene. Es gibt diese eine Szene, der kämpft Gypsy Danger. Also, das ist der Jäger von unserem Hauptcharakter hier, Raleigh Beckett, also gespielt von Charlie Hunnam. Der sitzt in dem Jäger Gypsy Danger, das ist dieser Blaue, der überall auf den Cover drauf zu sehen ist. Und der kämpft mit einem Kaiju, der fliegen kann. Ja? Und dieses Kaiju nimmt den Jäger an die Füße wie so ein Vogel irgendwie und seine Beute fliegt in den Himmel aus der Atmosphäre raus. Ja? Leute, hört mir zu. Ein Wesel mit Flügeln fliegt aus der Atmosphäre heraus und dann fallen sie wieder auf den Grund. Und scheinbar hat dieses Flügelfieh es geschafft, mit seinen Flügelschlägen aus der Atmosphäre rauszukommen und dann so schnell zu sein, dass er beim Eintritt in der Atmosphäre wieder anfängt mit Glühen. Ja? Wenn man sich ein bisschen mit Science Fiction und Raumfahrt auskennt, dann weiß man, so eine Raumkapsel, die glüht, weil die mit 30.000 kmh in die Atmosphäre reinballert und nicht, weil du mal eben mit dem Flugzeug hoch bist und wieder runterfällst. Da fängst du nicht an zu glühen. Oh! Das ist so. Ja, das ist actionreich. Aber was ist echt, Leute? Kommt schon. Das sind so Sachen. Du sagst hier, das ist der dümmste Film und dann beschwerst dich über solche Dummheiten, das ist auch leicht zwiespältig. Nee, ich beschwere mich nicht, aber ich sage, umso mehr öfter du den guckst, umso mehr fällt dir das halt auf. Und dann fängst du anders hin zu fragen. Im Prinzip ist das auch eine Powerattacke von Superman. Ja, aber Superman, ja, ja, du hast ja recht. Aber was sind denn für euch so die geilsten Action-Szenen? Also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich, also das ist so what the fuck, als dieses Viech da irgendwie in Hongkong rumstromert und dann kommt Gypsy Danger an und schleift einen fucking Kahn hinter sich her. Also halt irgendwie einen kompletten Fischkutter oder komplette Schiff. Alter, das ist so schweinegeil. Wirklich. Was überhaupt nicht im Verhältnis zueinander passt. Nein, überhaupt nicht. Ach, ist mir scheißegal. Es sieht einfach geil aus. Oder es gibt auch, es, keine Ahnung, als diese Kaijus da zum Beispiel aus dem Wasser gesprungen kommen und dann diesen einen, einen der Jäger in die Zange nehmen. Das ist so krass. Von den Bildern her auch vor allem, und das unterscheidet den halt auch von jedem Transformers-Film, du hast immer das Gefühl, dass du weißt, was gerade passiert. Also du verlierst nie den Überblick. Du hast eine Übersicht, die Transformers-Filme verlieren. Ja, ja, weil da einfach irgendwann nur noch Effekte-Wichse ist. Und hier ist es einfach, also klar, es ist CGI over 9000. Es ist keine Effekt-Wichse. Es ist eine total diebe Geschichte und das ist alles nebenbei die Art der Action. Das ist alles überhaupt nicht wichtig im Grunde. Ja, obwohl das, das ist mir auch mal aufgefallen, so krass viel Action hat der eigentlich gar nicht, ne? Ich mochte auch diese Action-Sequenz bei Nacht. Also normal ist es so, bei Nacht geht so komplett die Übersicht flöten. Aber dadurch, dass diese Kaijus leuchten, behältst du auch trotzdem bei Nacht quasi die Übersicht. Und wie sie dem viel dann erst mal die Leuchtraketen, in die Fresse da ballern vor dieser Sequenz. Das, 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 das ganze Design der Kaijus ist eigentlich auch echt gelungen, finde ich. Also die sind, die wirken alle relativ individuell auf mich. Ja, das stimmt. Nicht Copy-Paste. Ja, das, das, das ist cool. Und die Jäger sind auch geil designed. Also das ist halt wirklich pur. Wir müssen, ja. Wir müssen wirklich raushauen. Also optisch ist der Film eine Bombe. Das ist extra dafür gemacht. Es geht wirklich um diese riesigen Roboter zu hauen. Und diese, diese Alien-Viecher, die da ankommen und sich übelst langsam bewegen. Und du spürst richtig die Masse, die dahinter steckt, die sich da bewegt. Weil wir regnen ja nicht von einem Roboter, der fünf Meter hoch ist, sondern vielleicht hundert Meter oder so, ja. Und dann hast du irgendwelche lebendigen Viecher, die sich da wirklich... Der erst mal mit so Helikoptern angeflogen werden muss und dann wirklich wuchtig fallen lassen wird. Und auch die Cockpit-Szenen. Du hast da sehr viele Szenen in diesen Cockpits, wie die Leute, die Jäger, Piloten, die sie übelsten Anzüge anhaben und dann quasi alle Bewegungen, die die machen, machen die Roboter ja quasi auch. Das ist nicht, dass die da in einem Sessel sitzen und das Ding bloß mit dem Joystick steuern, sondern quasi alles, was die Roboter machen müssen, die mit ihrem eigenen Körper vormachen. Ja. Auch da gibt es wieder Widersprüche, weil eigentlich die Roboter sich mega langsam bewegen und dann in den Szenen im Kopf immer übelst schnell. Dann rennt er übelst schnell, dann guckst du die Szenen an, wie schnell der wirklich läuft und dann läuft er so, boom, ein Schritt, noch einen Schritt. Aber in den Cockpit machen die bam, 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 bam. Und das ist auch manchmal so widersprüchlich, aber okay, wir nehmen das so hin. Aber das ist cool gemacht. Die Cockpit-Szenen sind immer übelst geil animiert. Diese ganze Technik, die da drinnen steckt, die wirkt mega aufregend. Also dann auch dieser Shatterdome, wo diese Jäger drinstehen. Alles cool gemacht, auch wenn die starten und sich bewegen. Großartig. Du spürst richtig die Masse, wenn die sich einfach bewegen, sowohl die Viecher als auch die Roboter. Und auch wenn die denen auf die Fresse hauen, das ist ja diese Szene mit diesem Magnet-Ding da. Da haut ja dann die Faust von einem in so eine komplette Büroetage und du fühlst wirklich diese Masse oder du siehst, wie groß diese Faust in Relation zu diesem Büroraum ist. Das ist richtig klasse. Und was ich auch unglaublich mag an dem Film, an dem ganzen Design, der Film hat Farben ohne Ende. Also nicht nur in Hongkong, da ist es wirklich dann eine Farbexplosion, aber grundsätzlich haben diese Roboter und die Viecher einfach mal wirklich Farben. Das ist nicht hier alles grau in grau, wie man das irgendwie kennt. Auch bei den Scheiß-Transformers. Da ist einfach viel mehr Bild für wirkliche Ästhetik und nicht einfach nur für Effekt-Pornografie. Wenn wir jetzt gerade bei Transformers sind, möchte ich gerne mal die Überleitung machen. Gebt mal eine Empfehlung raus für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Wenn euch das und das gefällt, dann gefällt euch auch Pacific Rim. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Transformers. Ich weiß, du sagst gerade, Transformers ist scheiße dagegen. Ich finde, es ist vergleichbar. Dann hast du ein bisschen Godzilla-Technik drin, aber halt nicht so ernst, nicht so deep, sondern halt mehr positiv und actionreich. Und das ist nicht so deep, dass du jetzt anfängst zu weinen oder sowas, dass es übrigens traurig ist. Dann halt so ein bisschen übertriebene Action wie bei 2012 für irgendwelche Katastrophenfilme. The Day After Tomorrow, sowas Katastrophe mit übelsten actiongeladenen Sachen in Verbindung mit Transformers. Misch das zusammen, zack, und du hast Pacific Rim. Ja. Das wäre so meine Empfehlung. Ja. Wenn euch das so gefällt, wenn du sagst, Transformer, die Ecke finde ich gut. Jetzt natürlich nicht alle, können wir jetzt wahrscheinlich sagen, okay, der war gut, der war nicht so gut, okay. Du nimmst die ganzen Actionfilme, die ganzen Katastrophenfilme und dann das zusammenmischen, das ist Pacific Rim. Wenn euch das irgendwie zusagt, ist der Film was für euch. Ja. Kann ich jetzt, ja, ach Gott, dann hau ich einfach meine Empfehlung raus. Also, man kann sich den angucken, ja, gut, wenn man die Transformers-Filme mag, kann man sich den auch ansehen oder sieht man was Besseres. Aber das gehört woanders hin. man kann sich den angucken, wenn man die alten Godzilla-Filme mag, wenn man grundsätzlich auf dieses Kaiju-Genre steht, ich jetzt gar nicht mal so, aber ich finde das Ding ja aus dem Grund geil. Es ist halt, ich kann es nur mal sagen, es ist die, mit Abstand, beste Evangelion-Verfilmung, die man im Mainstream kriegen kann. Also Leute, wenn ihr Evangelion kennt, dann guckt euch hier verschiedene Figuren an und das sind praktisch Stand-ins der bekannten Charaktere aus dem Anime. Und ansonsten, also in dieser epochalen Größe und mit diesem CGI und Budget werden wir sowas eh nicht kriegen und da Anime-Verfilmungen zu 90% Klo sind, guckt ihn euch an, wirklich, es lohnt sich. Der macht ultra Spaß, nimmt sich nie zu ernst und ist einfach ein Blockbuster und mehr will er auch gar nicht sein. Genau, so haben wir uns alle ziemlich eigentlich, oder? Patrick, willst du noch was dazu sagen? Ja, klar. Es ist für mich so der Del Toro-Film, der sich am wenigsten wie ein Del Toro-Film anfühlt, weil er eben so verdammt Mainstreamig ist. Wenn man ihn jetzt aber mit dem zweiten vergleicht, merkt man, dass dieser Film tatsächlich doch noch irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und dadurch schon ein wenig Del Toro durchschimmert. Allen, denen diese alten Kaiju-Filme zu hässlich sind, die haben mit Pacific Rim genau den richtigen Film. Ich finde, das ist sogar die bessere Hommage als die Godzilla-Filme aktuell. Von daher auch von mir eine dicke Empfehlung. Wie viele Punkte würdest du ihm geben, wenn wir sagen, bei einer Bewertung von 0 bis 5 Kaijus? Wie viele würdest du ihm geben? Mit dem Spaßfaktor und einem halben Punkt Ausschlag wäre das bei mir eine 4 von 5, einfach weil er mir bisher jedes Mal Spaß gemacht hat und ich gehöre auch zu denen, die das von Mal zu Mal besser finden. Ich gebe 3,5 von 5 Kaiju-Hirnen. Du gibst nur 3,5? Du hast so viel geschwärmt davon. Ja, also 3,5 von 5. Das, ähm, oder was meintest du? Wir haben Dominik, der übelst über den Film freut und sagt so, ey, das ist übelst geil, Leute, das ist geil, das ist geil, aber ich gebe bloß 3,5. Und dann hast du mich, der übelst kritisch sagt, ey, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist, aber ey, ich gebe dem 4 von 5 Kaijus, Alter. Was ist los? Naja. Und den einen Punkt gebe ich bloß ab, weil er halt manchmal Story-mäßig total blem-plem ist und manches total übertrieben ist, so Hollywood-mäßig. Ich will nur ganz eine Stelle nochmal erwähnen, es passiert was in einer Stadt und dann kommen die alle raus aus diesem komischen Shatterdome und stellen sie auf eine Art Balkon, aber natürlich stehen nur die drei Hauptcharaktere an der Brüstung des Balkons und alle anderen mit einem Abstand von 10 Meter dahinter, weil so sieht man ja am meisten und man darf ja natürlich nicht unterscheiden, wer die Leute sind, die unwichtigen Arbeiter, übrigens 10.000 wie Ameisen in diesem Gebäude, keiner weiß, wo die gebraucht werden, aber da arbeiten 10.000 Leute, die alle links und rechts und quer laufen und dann hast du natürlich die drei Hauptcharaktere, die natürlich dastehen und natürlich vor der Kamera gesehen werden müssen, ne, in einem Abstand von 10 Metern Social Distancing zu den anderen, so, aber egal, ich, 4,5, wir haben nochmal 4,5, wir haben 3,5, dann haben wir irgendwie eine Mischung von 3,75 oder sowas, mega unterhaltsam, es ist Spaß, es ist, nehmt es nicht ernst, wenn es übertriebene Action ist und so, das ist einfach Spaß, so, und in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss, schaut euch bitte Pacific Rim 1 an, denn wir wollen jetzt gleich über den zweiten Teil reden, Pacific Rim Uprising, 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 Pacific Rim Uprising wollen wir dann gleich noch reden, das heißt, bleibt dran und dann geht's hier weiter. Bei dem Film werde ich mich jetzt erheben und verziehen, weil den konnte ich mir nicht nochmal antun, das kann ich schon mal anteasern. Okay, in diesem Sinne, mach's gut, danke, dass du da warst. Ciao. Ciao. Und da sind wir auch schon wieder, es geht weiter mit dem Nachfolger von Pacific Rim, Neon Genesis Evangelion, Teil 2, nee, halt, stopp, Pacific Rim Uprising, das war der zweite Teil. Fünf Jahre später kam der raus, 2018, und hat versucht, an den ersten Teil anzuknüpfen. Ob er das geschafft hat, werden wir jetzt hier diskutieren. Mit mir hier ist immer noch der gute Patrick. Hi. Aber wir haben einen Wechsel, den Dominik haben wir rausgeschmissen, der hat irgendwie merkwürdig gerochen, deswegen haben wir den Werner dazu geholt. Moin, moin. Hast du mal Lust, ein bisschen was über Pacific Rim Uprising zu erzählen, so richtig die tiefe Geschichte so darzustellen, in wenigen Worten, kriegst du das hin? Ja, so viel kann man dazu ja nicht einmal sagen, also bleiben nur wenige Worte, die man hier finden kann. Da geht's einfach nur darum, was aus dem Sohn vom Großen her Pentakost, Aldris Elba wurde, nämlich ein totaler Draufgänger. Und ja, plötzlich greifen die Aliens wieder an, dieses Mal allerdings über Umwege, um das mal so zu sagen. Und wir erleben leider zu viel von dem lieben John Boyega als Jake Pentakost und zu wenig von den eigentlichen Kaijus, die ja wieder auftauchen. Und sehr viel mehr Story gibt's da fast nicht. Da gibt's ein kleines Mädchen, das den Nerd spielt. Dann hast du bedeutungslose Person A, bedeutungslose Person B. Also, ja, ich könnte mir die Mühe machen und alles raussuchen, aber ganz ehrlich, nein. Nicht diesmal. die Hintergrundgeschichte zu diesem Film ist tragischer als die Story in diesem Film. Also, das ist einer der vielen Filme, da könnte man einen Podcast dazu machen, wo Del Toro irgendwann rausgekickt wurde. Das Tragische daran ist eben, Del Toro hat zugesagt, Teil 2 und Teil 3 quasi back to back zu machen und dafür hätte er entweder H.P. Lovecraft die Berge des Wahnsinns verfilmen dürfen oder Hellboy 3. Dieser Film kam leider nicht unter Del Toro zustande, deswegen haben wir keinen Hellboy 3 bekommen. Danke dafür nochmal Pacific Rim 2. Ich find die scheiße. Danke, danke. Find ich auch nicht gut. Ich hätt gern Hellboy gehabt. Ja. Ja. Und nicht zu vergessen, der Score von Javadi, der fehlt hier auch komplett. Was hier gemacht... Es gibt vieles, was hier fehlt. Wir haben scheinbar nicht viel zu erzählen im zweiten Teil, deswegen schweifen wir ab zurück zum ersten Teil. Leute, es tut mir leid an alle Zuhörer da draußen. Wir geben uns, das ist unser Bestes. Das Ding ist, der zweite Teil ist einfach, der kann einfach nicht mithalten. Ich meine, es ist wieder ein übelstes Action-Spektakel und ich möchte es mal kurz vergleichen. Ich meine, mir ging es zumindest so, beim ersten Transformers, den fand ich richtig geil, der hat mir Spaß gemacht, der hat mich abgeholt, den fand ich unterhaltsam, das war geile Action, das war geiler Sound, der da passierte, alles cool. Und dann kamen lieblos dahin geworfene, dahin geklatschte Nachfolger, wo es immer noch actionreicher ist, wo noch irgendwie ein Plot rausgeholt wird, nicht mal mit den gleichen Schauspielern irgendwie so ein bisschen was irgendwie hingeklatscht und dann hier guckt jetzt und gibt Geld dafür aus. Und so wirkt der halt auch. Das ist halt das Ding, ne? Nee, das ist ja nicht mal das Schlimme, sondern es ist ein Film, wo der Vorgänger dafür bekannt war, dass es spektakuläre Monster-Action gibt. Und was haben wir hier? Drei Viertel des Filmes sind keine Monster vorhanden. Man ist hier gechillt wirklich teilweise in Monsterknochen und lebt hier ein richtig schönes Leben, rüstet die Roboter aus aus irgendeinem Grund, obwohl seit zehn Jahren keine verdammten Kaidus mehr kamen. Und es ist eigentlich nur noch ein militärisches Wettrüsten mit der chinesischen Regierung, was auch einen total seltsamen Beigeschmack hat an diesen Film einfach. Es ist vielleicht politisch kritisch, sozial kritisch. Ja, total. Und genau das will man doch in Pacific Rim sehen. Also, Ziel perfekt gebrochen. Nein, eigentlich nicht. Also im ersten Teil ging es eigentlich darum, dass alle Länder zusammengehalten haben, um gegen die Bedrohung zu kämpfen. Und dann merkst du, okay, im zweiten Teil, die Gefahr ist weg. Jetzt geht es wieder darum, so viel Geld hier möglich rauszuholen. Wobei ich es nicht wirklich verstehe. Du hast die Kaijus. Und gerade am Anfang gibt es ja die Szene, quasi diese Verfolgungsjagd, wo dann quasi irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, Malibu, Florida, irgendwo, ich habe keine Ahnung, irgendwo an einem Strand, irgendwo im Süden, wo es schön ist, wo es warm ist. Und da haut John Boyega mit dem Mädel, was da gesprochen wurde, haut ab. Und sie werden quasi von einem Jäger, Polizeijäger, einen riesengroßen Roboter, der durch die Straßen geht, quasi wie so ein Polizeiroboter. Also es gibt keine Polizeiautos mehr, es gibt keine Hubschrauber mehr, nicht, es gibt nur noch Jäger, die überall rumlaufen und aufpassen, dass alle brav sind. So, das ist so, okay, jetzt Polizeijäger, jetzt ernsthaft? Aber das habe ich nicht so richtig verstanden. Vor allem, überall ist das jetzt so Standardkram oder weiß ich nicht. Dieser kleine Roboter, der ist halt wirklich so, mir kriegt er, denkst du, ja klar, der richtet dann was aus, wenn die große Invasion kommt. Und die Handlung ist nahezu eins zu eins, fast schablonenhaft. von Teil eins kopiert, nur eben mit soabartigeren Darstellern. Also es wirkt wirklich wie so eine billige Kopie. Das erste. Also ich sag mal kurz wie es ist, mich hat der Film genervt. Also den ersten Teil habe ich geliebt, ist kein Fünf-Sterne-Meisterwerk, aber ist ein richtig genialer, unterhaltsamer Film, der genau das ist, was er sein will, der genau das abliefert, was die Leute erwarten. Und Teil zwei hingegen ist, ja, als würde man den Film bei Wish bestellen. das in etwa trifft es, weil die ganzen Stärken vom ersten Teil, ja, die fehlen hier zwar nicht komplett, auch hier gibt es immer noch ein bisschen Action, es gibt immer noch eine gute Optik, Unterhaltung ist immer mal wieder gegeben, aber die Story ist hier so dämlich gemacht, die Charaktere, die man uns auf den Tisch klatscht, sag ich mal, sind einfach nur nervig, dumm teilweise, und machen einfach keinen Spaß, wenn man denen zusieht, also ich saß nur da und hab den Kopf geschüttelt, haben mir gedacht, können wir bitte fünf Minuten weiterspringen, können wir diese Szene bitte endlich beenden, einfach nur genervt war ich von diesen Charakterdarstellern. Ich will unseren Haters erstmal kurz zurück bisschen zur Story rüberschieben, also um es kurz nochmal zusammenzufassen, der, im ersten Teil haben wir ja Aytos Elba, der diesen Marshall Stacker Pentecost spielt, wo man den Nachnamen halt nie erfährt, eigentlich ist es nur nur Marshall oder Stacker, ja, der hat, der stirbt, der stirbt nicht, aber scheiße Spoiler, wenn ihr das hier hört, habt ihr den ersten schon gesehen, ja, das wisst ihr, und der ist natürlich ein großer Held, aber sein Sohn ist halt null eher, der hat keinen Bock da drauf, der will lieber ein Leben, einen Saus und Braus haben und was er halt macht, der sammelt halt von alten Jägern die Schrottzeugs, oder sammelt die Schrottteile, um damit zu handeln und Geld daraus zu profitieren halt und dabei trifft er halt auf das junge Mädel, ich such grad den Namen, wer ist dieses junge Mädel, die den Schrottjäger gebaut hat? Die Amara, die Hecke. Amara. So, und die hat, der trifft dann auf sie und die hat diesen kleinen Schrottjäger, der eigentlich ganz cool ist, der, weil er so klein ist, von einem Piloten gesteuert werden kann, nicht wie die anderen großen Jäger von zwei oder sogar von dreien, nein, der von einer Person, wichtig. Und dann geht's natürlich los, dann erfährt man irgendwie, dass der Boyega mal ein Jägerpilot war und irgendwie total unzuverlässig ist und dann ist es natürlich Katastrophe, wir brauchen Leute, wir brauchen unbedingt Leute, die Jägerpiloten sind und dann holen wir den wieder ran. Außen nichts. Wird einfach rangeholt und plötzlich ist der eine übelste Persönlichkeit dort in dieser komischen Militäreinrichtung, wo alle vor dem salutieren müssen und wo der grad dazugekommen ist. So ein Außenseiter, der da reinkommt. Wirklich? Funktioniert das so im Militär? Ach, das ist noch nicht mal das Schlimme. Es wird ja auch direkt gesagt, hier, er ist eine Legende, er hat das und das gemacht und der Kleine. Pentecost, überall Pentecost, Pentecost. Und dann sieht, dann sieht man auch noch als zusätzlichen Arschtritt dann die ganzen legendären Jäger aus Teil 1 und sie sagt, oh, ja geil, der da, der da, der da. Ja, verdammt. Das hat mich genervt. Wie so ein Teenager, wie so ein richtiger Nerd, der alle Roboter kennt, alle beim Namen und weiß, wer die Piloten sind, als ob es irgendwelche Sammelkarten dafür gibt, was es wahrscheinlich in der Welt wirklich gibt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und mit einem übelsten Photoshop-Foto wird einem noch gezeigt, ja, das ist der Sohn von Pentecost. Es wird nicht erwähnt. Du kriegst nur dieses Bild direkt reingeklatscht und denkst, Photoshop, Philipp hat wohl heute Feierabend gehabt. Nee, danke. Ja, habt ihr irgendwelche Sachen, die euch gut gefallen haben an dem Film? Wir reden jetzt über das Ding, wir haben ja auch gute Punkte. Ja, die Effekte sehen größtenteils zumindest gut aus, nicht überragend, aber auf jeden Fall gut. Also optisch hat der Film durchaus seine Momente. Die Action ist öfter mal unterhaltsam. In vielen Punkten fehlt aber auch der Action, muss ich sagen, ein bisschen so die Wucht vom ersten Teil. Also, wenn ihr dir anguckt, wie im ersten Teil teilweise geprügelt wurde und dann siehst, wie hier die Fäuste geschwungen werden, dann geht da einiges an Wucht verloren, muss ich sagen. Einerseits hat man hier ein bisschen mehr Humor eingebaut, versucht ein bisschen die Sache lockerer zu gestalten, aber gleichzeitig ist das meiner Meinung nach auch einer der größten Schwachpunkte, was diesen Film angeht, weil der Ton einfach im Keller ist, kann man fast sagen, wenn man sich den ersten Teil anschaut und sich dann das hier antut. Vor allem, man will hier mehr auf Humor setzen, dabei reißt man dann auch noch die beiden Comic-Relief-Charaktere Dr. Newton und Dr. Herrmann auseinander und zerstört deren Chemie, die in Teil 1 eine der vielen Stärken war, auseinanderfühle so einen seltsamen Politik-Twist. Ich will da jetzt nicht unnötig spoilern, aber gerade was mit Charlie Days Charakter passiert, das kann einen aufstoßen. Ja, will ich jetzt auch nicht negativ bewerten, weil man könnte jetzt behaupten, da kommen jetzt noch größere Viecher an, da kommt plötzlich ein neuer Breach, wo die Viecher durchkommen und da gibt es wenigstens mal einen Plot, der in meinen Augen nicht vorhersehbar war, was denn jetzt nun eigentlich passiert und das finde ich, hat er doch halbwegs gut gemacht, das war eigentlich eher so ein Plot, womit du nicht gerechnet hast, weil es halt so eine typische Fortsetzung ist, so wie es bei Transformer ist halt, du hast den ersten, zweiten, zweiten, dritten, da muss der nächste bösere Boss immer noch größer, noch stärker sein, so dachte ich, okay, mach ein Breach auf und dann kommt plötzlich in Kategorie 6 Vieh da draus oder sowas, halt nochmal eine Nummer schärfer, dass du denkst, okay, hm, ja, aber dann ist es eigentlich vollkommen anders, also der Feind ist nicht so offensichtlich, wie man es hätte erwarten können. Ja, also die Überraschung, die gebe ich dem Film, die ist echt gelungen, das siehst du so wirklich nicht kommen, also da muss ich eine Lanze für den Film brechen, diesen Punkt hat er sich verdient. Aber ich gebe dir auch recht, diese ganzen Gags, die eingebaut sind, man merkt wirklich, da sind gerade Szenen dabei und plötzlich muss ein Gag eingebaut werden. So total, die Übergänge sind nicht perfekt gemacht dafür, wo du sagst, okay, jetzt passt, du hast nicht den Raum für den Gag und plötzlich musst du dazu den Gag raushauen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber das ist so, das ist, ich habe da jetzt gerade keinen Vergleich, aber ihr kennt das vielleicht aus anderen Filmen, wenn du irgendwelche, das ist halt hier eine Komödie, ne, das ist ein Actionfilm, da ist ein bisschen Story dahinter, aber diese Gags, die eingebaut werden, das ist so das Gefühl, du willst einen, übelst einen Actionfilm für Männer, so übertrieben, stereotyp mäßig so, für zwölfjährige Jungs machen oder für sechsjährige so, dass das so, die müssen alle drei Minuten was zu lachen haben, sonst wird denen langweilig und gucken nicht mehr zu. Ach, schon allein dieses erste Gespräch, dass Pentakos Junior mit Lambert führt, wo er sich dann nebenbei noch unnötig mit Süßkram vollfuttern muss und dann braucht er da noch die Streuse, dann braucht er da noch die Sahne. Vor allem, wann er denn immer die Sahne anwendet, also extra noch provokant, also diese Szene hat mich mehr genervt als jede andere in diesem Film, ganz ehrlich. Okay, gut, mir ist egal, die Szene, aber okay. Und ich bin ja eigentlich eher so ein positiver Typ, also ich finde ja in jedem Film ein bisschen was Gutes, hab mit fast jedem Film so meinen Spaß, aber hier hat mich John Boyega einfach nur so richtig genervt und dieses Bild, was er sich bei mir erarbeitet hat mit Star Wars davor, die Jahre, wo ich dachte, okay, der Typ ist nicht schlecht, mal gucken, wie der sich die nächsten Jahre macht, mal schauen, ob er was aus seinem Talent macht und du siehst dann halt eben hier in Pacific Rim, wie auch in den anderen Filmen danach, dass der sich einfach, ja, dass er zu faul ist, sich Mühe zu geben, der macht ja einfach einen x-belügigen Draufgänger und fertig, also ganz ehrlich, mit so einer Performance kann mit John Boyega gestohlen bleiben, da kann er gleich, kann er sich Bruce Willis bei den Direct-to-DVD-Releases anschließen, also im Kino brauch ich so etwas nicht. Habt ihr ihn im Kino gesehen? Ja. Ja, leider. Day one. Ich hab ihn jetzt die Woche das allererste Mal gesehen auf Blu-Ray hier zu Hause in meinem Fernseher mit Anlage und so. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch lieber im Kino gesehen, hätte mir wahrscheinlich besser gefallen aufgrund der Effekte und der spektakulären Sachen. Das ist wie beim ersten Teil schon auch ein Film für die Leinwand. Das ist Action, das ist Action, das ist Action. Volle Kanne, in your face und das braucht eine fette Leinwand, das braucht eine ordentliche Anlage, dass es so rumst, dass es dir den Rücken durchmassiert, ja, das kannst du zu Hause, vielleicht, klar, du kannst es vielleicht zu Hause auch erschaffen, aber dafür brauchst du echt gute Technik, die habe ich nicht da. Das fehlt ja vielleicht. Das heißt, ihr solltet den nicht unbedingt jetzt gerade im Zug gucken, während ihr vielleicht auf einem iPhone guckt oder auf einem Handy oder sowas, da geht was verloren. Also, da ist schon nicht der beste Film, wenn das den auch noch wegnimmt, dann ist es einfach nur langweilig. Und ich muss es zwischendurch auch Pause machen. Ich habe es nicht geschafft, ihn komplett durchzugucken, ohne mal die Fernsehung in Pause zu machen, was ich ja eigentlich hasse, dass ich mal Pause mache, aber zwischendurch muss ich mal Pause machen, mal kurz aufs Handy gucken, mal irgendwas machen, eine halbe Stunde und dann habe ich weiter geguckt. Und das ist einfach kein gutes Zeichen vom Film, wenn ich das mache. Könnt ihr noch ein paar Trivias raushauen, ein paar Fakten oder sowas? Ja, klar. Regie geführt hat Steven S.D. Knight und den werden wir demnächst in einer weiteren Comic-Verfilmung oder Serie sehen. Jupiters Legacy. Basiert auf einem Mark Miller Comic. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Wir werden es sehen, daran werde ich sowieso. Fünf Leute haben an diesem Drehbuch geschrieben. Merkt man auch so ein bisschen und Musik hat Lorne Belfi komponiert. Der ist eigentlich auch ein recht kompetenter Mensch. Aber vielleicht ist es wirklich diesen Umständen geschuldet, wie dieser Film zustande kam, dass er sich nicht wie aus einem Guss anfühlt. Ja, und das ist wirklich schade, weil ich muss sagen, diese Kaiju-Welt zusammen mit den Jägern, das ist ein cooles Szenario. Also davon hätte ich wirklich sehr, sehr gerne den dritten Teil gesehen und ich bin bis heute noch traurig, dass wir diesen nicht bekommen werden, weil gerade das Ende, muss ich sagen, das ist so, es geht in die Richtung, wo ich sage, ja, diese Art Science Fiction, davon würde ich gerne mehr sehen. Aber, ja, wie schon bei Independence Day 2, hat man auch hier einfach unterperformt und damit den Nachfolger leider gestrichen. Ich hätte gerne noch mal ein Prequel, der die Vorgeschichte erzählt, weil es gibt ja immerhin, als der Charlie Hunnam, also Raleigh, im ersten Teil spielt, gibt es diese Jäger ja schon ein paar Jahre und der Marshall Stacker, Pentecost, wir erwähnen den Namen, Pentecost, hat ja schon übelst viel Erfahrung, er war da quasi Führungspersönlichkeit und hat da die anderen Jäger geleitet quasi als Führungspersönlichkeit, war davor aber selber Jägerpilot und die Geschichte davor würde ich gerne mir noch mal so angucken wollen, so wie die ersten Jäger auftraten, diese Kurzgeschichte aus dem ersten Film, die ersten fünf Minuten, nur halt ein bisschen im Detail so, um die Welt noch ein bisschen wie das was darzustellen. Ja, das gibt es tatsächlich ja als Comic, ich würde auch gerne mehr in diese Welt eintauchen, es wird ja demnächst auch eine Serie geben, da werden wir vermutlich auch alle reinschauen, auch der Dom. Deswegen machen wir gerade den Podcast, wie gesagt, wir erwähnen es nochmal, Pacific Rim, The Black kommt ab 4. März auf Netflix. Und auf Netflix könnt ihr auch gerade den ersten Teil gucken, wisst ihr, wo der zweite Teil läuft? Nirgendwo. Den gibt es halt gerade nur für Geld zu kaufen. Genau. Ich habe zum Glück den Film Daheim-Kit zur Hand, weil ich ja als Fan die Reihe durchaus daheim haben will, auch wenn mir der zweite Teil nicht so gefallen hat. Aber ja, ich glaube, ich muss da jetzt nochmal ein Jahr Gras drüber wachsen lassen. Also ich freue mich auf die Anime-Serie, da freue ich mich sehr drauf, die würde ich mir gerne angucken, weil wie gesagt, das Universum ist cool, ich mag Animes, vielleicht die Verbindung dadurch und mehr das Richtung Japanische, wo das Original ja quasi herkommt. Vielleicht kann man da noch irgendwas rausholen, das dem Charme wiedergibt, was der zweite Teil ja nicht hatte. Der zweite Teil, damit ihr nur kaufen kann, Leute, solltet ihr das Geld nur ausgeben, wenn es euch das wirklich wert ist. Wenn ihr sagt, okay, der erste Teil hat mir gefallen. Ich weiß jetzt die Warnung, okay, der zweite kann nicht dran anschließen. Okay, für meine Sammlung, damit er komplett ist, damit ich ihn da habe, macht das. Ansonsten wartet vielleicht, bis er bei irgendwelchen Streaming-Diensten mit drin ist, dass ihr kein extra Geld ausgeben müsst. Denn er ist wirklich, den guckt man sich einmal an und dann wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal. Ich gebe von meiner Warte aus drei von fünf Kaijus für den, da er nicht mithalten kann. Wahrscheinlich wird ihr jetzt sagen, oh, ist sogar noch viel zu gut. Aber das könnt ihr ja jetzt selber sagen, lieber Patrick, hau du mal raus. Was sagst du? Wie gesagt, anhand von dem, dass es einfach nur noch eine Wish-Kopie von dem Ganzen ist und in allen Belangen hinten ansteht, ist er bei mir wirklich nur eine zwei von fünf. Was vergeben wir? Kaiju-Skelette. Kaiju-Skelette, okay. Ich wäre für Eistoppings. Werner, was sollst du sagen? Wie viel gibst du? Von mir bekommt der Film zweieinhalb von fünf Eistoppings. Einfach, weil er trotz der zahlreichen Schwächen, die ich ja mehrmals angesprochen habe, immer noch ein paar gute, unterhaltsame Momente hat, immer noch zu unterhalten weiß. und trotz allem ein durchschnittlich gelungener Action-Science-Fiction-Film ist. Nichts, was man gesehen haben muss, aber etwas, was man sich einmal mit gesenkten Erwartungen anschauen kann. Mir ist er halt tatsächlich zu generisch geworden, deswegen wirklich diese massive Abstufung. Also zweieinhalb von fünf ist bei mir halt eben ein kompletter Durchschnitt, die goldene Mitte. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, sondern so ein Mittelding. Okay. Ich muss gerade irgendwie an Chernobyl denken, 3,6 Röntgen. Ja, ist Strahlung, ist Strahlung, aber ist auch nicht gefährlich, 3,6 Röntgen. Ich habe es erst mal kurz noch mal gesehen, deswegen muss ich es noch mal kurz ansprechen, das Thema, Entschuldigung. Ja, ich würde sagen, damit komme ich zum Ende. Wir haben eine 2,0, wir haben eine 3, wir haben eine 2,5. Durchschnitt so bei 2,5. Nicht die Welt ist okay, kann man sich mal geben, aber ist jetzt ordentlich, wo man sagt, eh, muss ich unbedingt gesehen haben. Ist okay, wenn euch daher fehlt. Aber wir alle sind gespannt auf die Anime-Serie, die wie gesagt am 4. März erscheint auf Netflix. Und vielleicht machen wir ja zusammen noch einen Podcast dazu, nachdem wir die Serie gesehen haben. Vielleicht kriegt man noch irgendwie einen Screener oder sowas. Mal schauen und dann sehen wir uns oder hören wir uns hier wieder beim Telestammtisch. In diesem Sinne verabschiede ich mich und ihr, liebe Freunde, dort auch noch mal was sagen und euch verabschieden. Adieu. Macht's gut. Und bleibt schön gesund da draußen. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtischs betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.